Das ist auch so, vielleicht war er auch nicht so weiter, dass er sich das nicht vorstellen konnte, dass man nicht jedem eine bunte Vase, ein schönes Bild oder so was, oder Auszeichnungen oder so was alles in die Hand drückt. Irgendwo sind auch Grenzen gesetzt. Doch wenn die Parlamentarier Galander zur Rede stellen wollen, ist er oft auf Dienstreise. Als sie ihn auf einen Verwaltungslehrgang schicken wollen, soll er auf ein Blatt Papier gekritzelt haben. Bürgermeister kann jeder. Aber Galander reduziert die Zahl der Ausschüsse. Seine Unternehmer hätten keine Zeit zum Quatschen, hört man. Galander will machen. Vor allem will er bauen. Wenn Stadtvertreter im Hauptausschuss, dazu zählte ich auch, sagen, lass die Sache nochmal von der unteren, sogar wenn es geht von der oberen Rechtsaufsichtsbehörde, prüfen, ob das so geht. Und man sich hinsetzt und Kraft seiner Wasser so besagt, ne, mag nicht. Am Montag wird gebaut. Dann muss ich sagen, können wir nicht gut finden. Du selbst sitzt dann aber da, du möchtest, dass gebaut wird. Du möchtest aber, dass es rechtskonform ist. Wie stimmst du dann? Galander will, dass Aufträge in Anklam bleiben. Das sorgt für Ärger. Als er am neuen Markt einen Kreisverkehr mit Elefantenbrunnen bauen lässt, geht der Auftrag an eine Gruppe von Anklammerfirmen. Einer der Chefs sitzt heute für die IFA im Rat. Das Bauamt hatte einen Anbieter von außerhalb vorgeschlagen, der sogar um 68.000 Euro günstiger gewesen sein soll. Einige der Stadtvertreter sagen, sie hätten davon erst nachher erfahren, sonst hätten sie in der entscheidenden Sitzung anders abgestimmt. Und die Stadt hätte 68.000 Euro weniger ausgegeben. Steuergelder. Da es auch bei anderen Bauprojekten Streit gibt, schaltet sich die Kreisaufsicht ein. Das kommt ja noch erschwerend zur Demokratie hinzu. Wenn dann ein Beschluss da ist, dann kommt nachher noch die Kreisaufsicht und sagt, wir finden dies nicht in Ordnung, das nicht in Ordnung, jenes nicht in Ordnung. Mir hat bis heute niemand richtig erklären können, was eigentlich die Aufgabe einer Kommunalaufsicht des Landkreises ist. Nach fünf Jahren Dauerzwist stehen 2007 die Staatsanwälte vor dem Rathaus. Der Vorwurf gegen Galander, Untreue zum Nachteil der Stadt. In einer turbulenten Sitzung wird Galander von den Stadtvertretern mit einer Stimme Mehrheit suspendiert. In der Lokalpresse beginnt nun eine Schlammschlacht. Das Verhältnis zwischen Galander und den Volksparteien ist zerrüttet. Die Geisteshaltung ist, ich schaffe mir hier für die Leute vor Ort eine bestimmte Basis und dann wird das schon irgendwie glatt gehen. Und dann bin ich eben der König von Ankla und dann wird das eben schon funktionieren. In der Stadt ist das aber anders, da gibt es Gewaltenteilung. Und wenn jemand aus dem anderen Teil Deutschlands kommt, der das also mit der Muttermilch hätte einsaugen müssen, dann muss ich dem das erklären, als Osttante, 35 Jahre in der DDR gelebt, na was ist das denn? Zwei Jahre ermitteln die Staatsanwälte. Galander nimmt sich eine Auszeit. Der Bierliebhaber reist jetzt oft. Nach Bitburg, Warstein oder Pilsen. Ansonsten ist er viel zu Hause. Er bestreitet alle Vorwürfe, glaubt, dass man ihn loswerden wollte. Mit Hilfe der Justiz. Ich kann das nicht beweisen, das ist klar, aber ich gehe heute davon aus, dass man mit dem Akt dann zumindest versucht hat, mir endgültig das Handwerk zu legen. Und ich bin froh darüber, dass gute zwei Jahre, naja, ja doch, zwei Jahre und drei Monate später, wie Sie selber rechnen, ja, das Landgericht eine große Strafkammer gesagt hat, Wir schmeißen die ganze Klage, oder weisen, schmeißen nicht, sondern weisen die ganze Klage zurück, weil das wohl nicht so ist und das wird man auch nicht beweisen können. Im Januar 2010 kommen die Richter am Landgericht zu dem Ergebnis, Galander habe möglicherweise selbstherrlich und eigenmächtig gehandelt, nicht aber strafbar. Zwei Jahre war der Bürgermeister von Anklam suspendiert. Warum, fragen jetzt die Bürger, wenn er nichts getan hat. Zeretzke, Schulz und Lehrkamp sagen, sie wollten die Demokratie schützen. Am Ende hatten sie alle Schaden genommen. Die Volksvertreter, der Bürgermeister und die Demokratie. Die Stadtvertreter mussten Galanders Suspendierung aufheben. Jetzt kandidiert er für eine zweite Amtszeit als Bürgermeister. Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für seinen Wahlkampf. Herr Müller hat mir gesagt, das Schiff hat Innenkapazität 80 Plätze und Außenkapazität auch 80 Plätze, sodass die Rentner möglicherweise, ich sag mal, dann vom Unterdeck aufs Oberdeck wechseln können und sich dann praktisch vom Oberdeck am Fähranleger die musikalische Darbietung anhören können. Bei der Mittagsfahrt, die um 12.30 Uhr losgeht, würden wir gerne anbieten wollen, ich würde sagen, eine Soljanka oder eine Gulaschsuppe, ein Brötchen dazu und auch ein Freigetränk. Ja? Okay. Dankeschön. Ja, tschüss. Galander plant eine Bootstour auf der Peene. Für Anklammer Senioren. Seine IFA ist bekannt für auffällige Aktionen. Die politische Konkurrenz fürchtet er nicht. Ich denke, da sind durchaus ein paar Kollegen oder Kandidaten dabei, wo man da vielleicht den ein oder anderen Zweifel haben dürfte. Aber entscheidend tut sich letzten Endes der Wähler. Und jede Stadt kriegt immer den Bürgermeister, den sie verdient, nämlich den sie selbst gewählt hat am Ende. Sozusagen das Spiegelbild der Stadt. Galander gilt als Favorit. Täglich hat er jetzt werbewirksame Termine, Heimspiele. Wo sind denn meine Blümchen? Ah, hier. Sehr schön. Läuft ja wie ein Länderspiel hier. Heute besucht Galander die Seniorenresidenz. Frau Jakobs feiert ihren 101. Geburtstag. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe gedacht, es geht zu Ende. Na, 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 na. Na, 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 na. Mit 101 doch noch nicht. Nein, sie ist kindert. Die Vögel singen die Lieder Im Frühling ihre Lieder Sei still und hör gut zu Tirelli, schieb, schieb, Tirelli, piep, piep, Sei still und hör gut zu Sie sträumen ihr Gefieder Und singen Frühlingslieder Und singen Frühlingslieder Beim ersten Rundebuch Nach den Querelen der Vergangenheit Will CDU-Fraktionschef Karl-Dieter Lehrkamp Ein Neuanfang Deshalb schickt die CDU jetzt Markus Schulz ins Rennen Um die Bürgermeisterwahl Einen jungen Polizeiverwaltungsbeamten Ich glaube grundsätzlich, Dass in jedem Menschen was Gutes statt Da bin ich ganz ehrlich, Man muss ja bloß herausfinden Für mich ist halt irgendwo immer wichtig, Dass man seine Ideale nicht verliert Ich habe von vornherein gesagt Ich werde keinen aggressiven Wahlkampf machen Ich werde nicht stänkern Davon haben die Leute hier genug gehabt In den letzten Jahren Herzlich willkommen am Ziel Und wie gesagt, das Bier glaube ich ist drin Na wir haben gerade Fahrradtour gemacht Opa Danke Opa, danke Schulz engagiert sich seit Jahren In der jungen Union Er organisiert Fußballturniere Und Spieleabende für Jugendliche Schulz will die Gräben der Vergangenheit zuschütten Okay Ubi, dann schönes Wochenende Bis morgen Abend Mach ich Okay, tschüss Würde dieser Bürgermeister Glander Wieder gewählt werden, sage ich hier Dann würde er so weitergehen So ein bisschen so Der, du kriegst was, du kriegst wieder was Das würde dann so verteilt werden Auf seine Freunde Und das möchte ich nicht Und Spiele von uns aus Und darum ist Herr Markus Schulz Bürgermeister Dankeschön für Aufmerksamkeit